Hallo! Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, eine Herzensangelegenheit von mir. Und zwar, wie viele Leute da draußen arbeiten seit 10, 20, 30 Jahren in einem Job? Und das nur wegen dem hier. Das nur, weil sie Geld verdienen müssen, weil sich ihre Fixkosten irgendwie hochstapeln, weil sie da nicht mal rauskommen, weil sie sich irgendwie in so einer Sache gefangen halten, aber irgendwie auch keinen Ausweg sehen. Und das war bei mir so, dass ich einen Ausweg gesucht habe, und zwar schon zu der Zeit, wo ich recht jung war. Also wo ich mit 18 Jahren angefangen habe, meine Ausbildung zu machen, habe ich mir damals schon gedacht, so Mensch, also wenn das mein Leben ist, hier 30, 40, 50 Jahre in ein Möbelhaus zu stecken und nicht mal mehr das Tageslicht beim Arbeiten zu sehen, das kann es doch nicht sein. Und deswegen habe ich mich seitdem immer schon auf Wege, auf neue Lösungen, auf Herausforderungen gestellt, um einfach zu gucken, was es da draußen denn noch so gibt. Damals wurde mir eine Sache erklärt, und das ist diese Geschichte hier, der Cashflow-Quadrant. Und darum soll es halt eben auch in diesem Video geben, was exakt du machen kannst, um hier aus dieser Geschichte rauszukommen, denn hier werden uns vier Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir Geld verdienen können. Ja, ich mache mich mal hier hin. Das ist einmal, wir können Angestellter sein, wir können selbstständig sein, wir können Unternehmer werden, oder wir sind Investoren. Was wichtig für den Anfang ist zu verstehen, ist, dass auf der linken Seite bei den Angestellten und Selbstständigen 95% der Menschen sind, und auf der rechten Seite 5% der Menschen. Was wiederum krass ist, ist der Gegensatz, dass wir auf der linken Seite 5% des Geldes haben, aber auf der rechten Seite 95% des Geldes. Was also macht die rechte Seite anders als die linke? Genau das schauen wir uns heute an, genau das werde ich euch hier heute zeigen, wie ihr von der Selbstständigkeit, von dem Angestellten-Tum rein ins Unternehmen, rein zum Investor werdet. Der Angestellte macht eine Sache, er arbeitet, und zwar er tauscht seine Zeit gegen Geld. Und das ist auch schon leider das erste Problem, denn wir dürfen unseren Lohn nicht begrenzen, und womit begrenzen wir ihn? Na, mit der Zeit. Unsere Zeit ist begrenzt. Ja, unsere Lebenszeit ist begrenzt, und unsere Lebenszeit ist das Kostbarste, was wir überhaupt haben. So, wenn ich also 8 Stunden den Tag arbeiten gehe, dann sammle ich Stunden auf mein Stundenkonto, um am Ende des Monats einen Lohn zu bekommen. Am Ende des Monats werden diese Stunden genommen und mir gegen einen Lohn getauscht, der genauso groß ist, dass ich den nächsten Monat nochmal arbeiten werde. Ja, wäre es ein bisschen weniger, hätte ich gar keine Lust mehr drauf, und wäre es ein bisschen mehr, ja, dann wird sich der Chef doch drüber ärgern. Ja, so, also was machen wir hier? Wollen wir hier mehr verdienen? Ja, da müssen wir mehr Zeit gegen Geld tauschen. Wir haben aber nicht unendlich Zeit, wir dürfen auch nicht unendlich viel arbeiten, sondern wir arbeiten meistens 8 Stunden den Tag. Manchmal auch Überstunden, aber das ist jetzt egal. Was jetzt hier passiert, wenn ein Angestellter zum Selbstständigen wird? Na, er ist zum Beispiel durch die Ausbildung gegangen, hat den Gesellen, den Meister gemacht, und irgendwann dachte sich der Friseur, hm, was soll ich denn weiterhin bei meinem Chef hier arbeiten? Ich kann doch einfach meinen eigenen Friseurladen aufmachen. Ich habe viele Kunden, die mich kennen, ich habe viele Leute, die mich mögen. Ja, komm, ich öffne einfach einen Laden direkt in der nächsten Straße auf, das wird schon laufen. Was ist jetzt passiert? Na, der Friseurmeister, der davor immer nur geschnitten hat und das getan hat, was er am besten kann, schneidet auf einmal nicht mehr nur Haare, sondern hat noch tausend andere Dinge, um die er sich zu kümmern hat. So, das heißt, dieser Typ hier, der hat auch keinen Hebel, weil er auch wiederum seine Zeit gegen Geld tauscht, ist das beste Beispiel beim Haareschneiden oder beim Masseur. Der Friseur oder der Masseur, die brauchen doch, die können sich ja nicht klonen. Also, denen fehlt irgendwie was, weil die können nur 6 Menschen massieren den Tag, nur 8 Haare schneiden am Tag, 8 Köpfe. Ja, da fehlt der Hebel. Da ist auch wieder Zeit, das limitierte gut. Und auch hier wird wieder das Problem sein, dass der Friseur merkt, Mensch, jetzt habe ich einen Laden, aber irgendwie verdiene ich doch nicht mehr Geld. Ja, vielleicht bleibt mehr in der Tasche, aber mehr Zeit habe ich nicht, weil es sind ja so viele neue Aufgaben, die entstehen. Aber er hat keinen Chef mehr, keinen Selbstständigen mehr über ihn, der sozusagen das große Geld an ihm verdient, sondern er arbeitet schon mal für seine Ziele und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir jetzt, und das ist jetzt das Interessante, auf die rechte Seite des Cashflow-Quadranten gehen, dann sehen wir, dass der Unternehmer Menschen für sich arbeiten lässt. Na, das hört sich doch schlau an, oder? Er nutzt Menschen, beziehungsweise inspiriert Menschen und kreiert ein System, im Kern sind Menschen, mit Anleitungen, Prozessen und anderen Sachen, Hilfsmitteln, wie zum Beispiel der Friseurmeister, der einen Friseurladen eröffnet und andere Friseure einstellt. Er kreiert ein System, wo die Friseure am Ende, wenn er nicht im Laden steht, immer noch weiter arbeiten, immer noch Geld für ihn verdienen, während er sich ein Buch durchliest, am Reisen ist, mit seiner Frau Zeit verbringt, mit seinen Kindern, was man auch immer machen möchte. Er hat eine gewisse Art von Freiheit, er hat dafür aber auch einiges getan. So, das ist das Geile, weil letztendlich kann dieser Typ hingehen und kann sich immer mehr Läden aufbauen, mit immer mehr Friseuren und wird immer mehr Menschen haben, die Haare für ihn schneiden. So, wenn wir dann hingehen und sagen, ja gut, jetzt verdienen wir doch schon gutes Geld, was wäre denn am besten, was arbeitet denn am besten für einen? Na, Menschen können krank machen, Menschen können keine Lust haben, aber Geld, wenn Geld für dich einmal arbeitet, dann wird es nie wieder aufhören. Und das ist der Unterschied zwischen uns und Investoren, oder zwischen den meisten und Investoren. Warum? Weil Investoren einfach gecheckt haben, ich mache mich nicht unabhängig von Menschen, sondern ich lasse meine eigene Kohle für mich hart arbeiten. Money never sleeps. So, und so nutzen diese Investoren, um sich ein passives Einkommen aufzubilden, um das Geld, wo sie hart für gearbeitet haben, hart für sie arbeiten zu lassen. Denn wenn sie damit nicht anfangen, wenn ihr damit, wenn du damit nicht anfängst, wirst du immer hart für dein Geld arbeiten. Lässt du dein Geld nicht für dich hart arbeiten, musst du für dein Geld hart arbeiten, und das für den Rest deines Lebens. Jetzt kommen wir aber zu der Sache, die euch von diesem Self-Employed Employee zum Business Owner und Investor bringt. Und diese Geschichte nennt sich Infinity. Eine Firma, die mich seit einem Jahr, ein Jahr und zwei Monaten jetzt begleitet. Eine Firma, die alles andere in den Schatten stellt. Und zwar warum? Weil es für mich was Langfristiges, was Nachhaltiges ist. Ich suche hier etwas, wo ich weiß, dass ich in 20, in 40, in 50, in 60 Jahren, wenn ich Kinder, wenn ich eine Familie habe, das meiner Familie weitergeben kann. Ich baue mir was auf für Generationen. Weil ich nicht möchte, dass nicht nur ich, sondern dass super viele Menschen hiervon wissen und hiervon profitieren. Und von dieser Geschichte, die es hier gibt, für die meisten Menschen, die sich jetzt die nächsten 20 Minuten Zeit nehmen, oder 15, und das akzeptieren, das ausprobieren, deren Leben wird es verändern. Aber es wird genauso viele Leute geben, die jetzt wieder weggucken. Und du hast selber in der Hand. Bist du derjenige, der dran bleibt? Bist du derjenige, der zu vielen Sachen im Leben einfach mal ein Maybe gibt? Ein Vielleicht? Oder bist du jemand, der ohne Grund eigentlich immer nur so, nee, das ist nichts für mich? Denk doch mal drüber nach. Wenn du Sachen im Leben ein Vielleicht gibst, es ausprobierst, es machst, ausprobieren ist scheiße, weil dann suchst du nur einen Grund zum Scheitern. Aber wenn du es mal machst, dann kannst du danach immer noch sagen, ob es das Richtige oder ob es das nicht das Richtige für dich ist. Und so solltest du hier auch rangehen. Nimm dir diese Zeit, nimm die Informationen mit. Ich versuche es kurz zu halten. Ich werde es kurz zu halten, damit ihr hier so viel wie möglich von mitnehmen könnt und mir oder euch gerne dann bei der Person meldet, die euch das Video hier geschickt hat, beziehungsweise bei mir. Ist natürlich auch kein Thema. Ihr findet den Link unten hier in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, die Ergebnisse, die wir hier zeigen, sind natürlich alle aus der Vergangenheit. Wir wissen nicht, ob es in der Zukunft genauso Ergebnisse geben wird. Und wir glauben das, wir erwarten es auch, weil wir die Märkte kennen, ja, weil wir hier mit Experten zusammenarbeiten. Aber wir sind ja hier in Deutschland dementsprechend alles rechtlich gehalten, alles legal, zu 100% transparent und so, dass uns hier keiner ans Bein pinken kann. Denn was wir hier machen, ist, dass wir Menschen dabei helfen, sich mal überhaupt die Frage zu stellen, was benötige ich für ein perfektes, für ein glückliches Leben. Stellt euch doch mal vor, eine dieser drei Bereiche, Gesundheit, Geld und Zeit, würde gegen Null gehen. Gesundheit? Na, wenn man krank ist, möchte man nur gesund werden, oder? Wenn man kein Geld hat, ja, dann kann man schlecht zur Kassiererin gehen und da sagen, heute bezahle ich mal mit Liebe. Ja, da guckt ihr dich an und ruft die Psychiatrie an. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, haben wir keine Zeit, aber Gesundheit und Geld, dann macht das Leben auch keinen Spaß. Wenn wir nicht mal die Zeit haben, mit unseren Liebsten, mit dem Menschen, mit dem wir gerne unsere Zeit verbringen, zu verbringen, dann bringt uns die ganze Arbeit, dann bringt uns das ganze Geld auch nichts. Ja? Davon können auch Ehen kaputt gehen. Weil einfach keine Zeit für das wirklich Wichtige da ist. So, das heißt, viele, viele, viele Menschen haben ein Defizit in einem von diesen drei Bereichen. Die einen, die arbeiten sich kaputt, Burnout, gefühlt die meiste Krankheit, die es heutzutage überhaupt gibt. Ja? Die meisten Leute, wenn sie irgendwie eine Rechnung sehen, ich muss schon wieder 500 Euro zahlen und nein und fucken sich drüber ab. Ja? Und viele, viele Leute merken es auch, boah, ich bin irgendwie so oft krank seit Corona und all dem. Mensch, was ist denn los mit mir? Das heißt, die haben alle eine Sache, die denen fehlt. Und zwar, denen fehlt das Wissen und denen fehlt die Information, wie sie genau das ändern können. Und genau das machen wir hier. Wir geben den Menschen das Wissen und die Information, beziehungsweise die mögliche Festplattenänderung da oben im Kopf, die sie benötigen, um nicht nur so zu denken, sondern auch so zu handeln. Denn was bringt dir die Theorie? Du musst ja auch in die Praxis kommen. So, und dafür haben wir hier eine komplette Akademie. Komplett geisteskrank, komplett geil gemacht. Für jeden dieser Bereiche hier, die du hier siehst, haben wir einen Experten. Damit meine ich keinen Lehrer, der uns beibringt in der Schule, wie das Leben funktioniert, obwohl der Lehrer der Einzige ist, der, wenn alle Schüler gehen, noch in der Schule bleibt. Nein, wir haben hier jemanden, der sich im Ernährungs-, Gesundheits-, Mindset-, Trading-, Blockchain- und Krypto- oder Business- und Steuerbereich so krass auskennt, dass er davon lebt. Dass er davon 10.000 bis 20.000, wenn nicht sogar viel, 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 viel mehr Geld verdient. Und das nicht macht, weil er Geld braucht, sondern weil es seine Leidenschaft ist. Ja, das heißt, wir haben hier Experten in jedem dieser Bereiche, die ihr hier seht. Ernährung, Gesundheit, Mindset, brauchen wir nicht drüber zu reden. Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, ihr kennt die Geschichte von den Lotto-Millionären. So viele Menschen waren Millionäre, weil sie viel gewonnen haben. Ein Monat später sind sie sogar noch ärmer. Oder geben wir ein halbes Jahr. Die brauchen nicht lange, weil die vom Kopf her nicht gewachsen sind, bis sie wieder da sind, wo sie davor schon waren, wenn sie nicht noch mehr Schulden haben, weil sie auf einmal so mit Geld rumgeschmissen haben, als wären sie, als wären sie Dagobert Duck. So, obwohl der ja eigentlich echter Geizkragen war. Reiche werden nicht reich, weil sie viel ausgeben, sondern Reiche werden reich, weil sie anders denken als die Armen, als die mittlere Schicht und sie nicht ein ausreichendes Einkommen, sondern vermögend und wohlhabend sein möchten. So, Trading, Blockchain und Kryptos sind drei Möglichkeiten, Kohle zu verdienen, online, digital. Eine mega geile Möglichkeit, Trading ist nicht so mein Ding, aber hey, für jeden, der da Bock drauf hat, genau das bieten wir hier auch an. Wir haben fünf verschiedene Live-Sessions, kommen wir gleich noch drauf zu. Blockchain und Krypto ist genau mein Steckenpferd. Blockchain und Krypto ist eine Sache, die die Welt verändern wird und ihr werdet gleich sehen, warum. Jetzt ist es natürlich aber auch wichtig, den Menschen, die sagen, ich habe doch gar kein Geld zu investieren, ich bin doch noch gar nicht so weit, die natürlich auch in Bereichen von Business und Steuern weiterzuhelfen, dass sie weiterkommen im Leben, denn hey, wir leben immer noch in Deutschland, das heißt Steuern, kommen wir nicht drum herum. Business, na jeder, der Business machen möchte, fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern auch dort, wie beim Klavierspielen, wie beim Kochen, man muss es immer wieder und regelmäßig tun, um am Ende die dementsprechenden Ergebnisse und Früchte und leckeren Gerichte auf dem Tisch zu haben. So, live können wir hier auch alles lernen, worüber wir gerade geredet haben, denn ich sage es mal so, es ist besser, von Cristiano Ronaldo eine Nachricht zu haben, ja, du musst jetzt den Ball so und so spielen oder es ist besser, einen Cristiano Ronaldo live neben dir auf dem Rasen stehen zu haben, beziehungsweise einen Experten live in einem Call zu fragen, was du gerade für Fragen hast, in all diesen Bereichen, die dir hier gestellt werden. Das ist nicht nur mega, das ist ein richtig Hammerprivileg, weil dieser Typ dir jede Frage auch beantworten wird, damit du vorankommst. Hier, hier habt ihr einen kleinen Überblick, wie unsere Academy ausschaut, das heißt, wie ihr seht links, Business Steuern, Trading, Krypto, Krypto Steuern, Health, Mindset Network, Leader Academy, Live TV, ihr habt hier ein Beispiel von der Krypto Academy, wie ihr seht, jeder kann hier sich selber erfüllen mit. Wir haben bei all den Sachen eine Möglichkeit zu schnorcheln, ich sage immer schnorcheln, der ist nur an der Oberfläche, man guckt so ein bisschen ins Wasser rein, aber ihr könnt auch den Tiefseetaucher spielen, dementsprechend richtig tief reingehen und euch so weit bilden, wie ein Experte, dass wenn sich Leute mit euch an den Tisch setzen, die denken, hast du das Ding studiert? So, also, studiert euer eigenes Leben, werdet selber zum Streber, in der Schule war es nie so toll, eine Eins oder eine Zwei zu schreiben, weil viele Leute Neid hatten und sich dachten, was ein Streber, aber Leute, wollt ihr eine Drei oder eine Vier oder eine Fünf in eurem Leben schreiben? Wollt ihr ein ausreichendes, ein okay Leben führen? Oder wollt ihr ein Leben führen, was nicht nur okay ist, was mega ist, wo ihr gerne drüber erzählt, wo ihr drüber strahlt, wenn ihr darüber redet? Genau das wollen wir doch. Und deswegen habt ihr hier die Möglichkeit, nicht nur über die Basics, Step by Step by Step durchgeführt zu werden, sondern auch richtig tief in die Themen reinzugehen. Bei Kryptos haben wir hier die Möglichkeit, dass ich, ich bin auch ein Experte im Kryptobereich, aber trotzdem habe ich nicht die Zeit, um mich jeden Tag hinzusetzen und Sachen zu analysieren. Ich möchte es auch nicht, weil das ist nicht mein Leben. Ich liebe die Kommunikation mit Menschen und dementsprechend suche ich mir doch, wie beim Haareschneiden, wo ich übrigens heute nochmal hin muss, suche ich mir einen Experten, der mir die Profi-Analysen einfach zukommen lässt. Ich suche mir einen Experten, der mir mein Update für mein Handy macht und nutze das Update, um auf dem neuesten Stand zu sein. Und so mache ich das auch mit meinen Kryptos. Ich bin doch nicht so blöd und hole mir all die Infos selber auf YouTube, denn wo ich die 6 Stunden bei YouTube verbracht hätte, da hätte ich auch 6 Stunden mit meiner Familie, mit Infinity, mit irgendwas anderem verbringen können und wäre schon ellenweit voraus, wo der Typ gerade das erstmal gecheckt hat, was eine Blockchain ist. Außerdem haben wir exklusive Private Sales, wo Leute gar nicht reinkommen, wenn sie nicht bei Infinity sind. Denn Projekte kommen zu Infinity und klopfen an unsere Türe, um uns zu fragen, ob wir ihnen helfen können, zu starten. Ihr könnt euch das vorstellen wie bei so einem Startup. Ein Startup hilft einem Startup, weil das eine Startup einfach mega viel Reichweite hat, so wie Influencer auch gefragt werden, hey, könnt ihr unser Produkt vermarkten? Nur wir haben dann die Möglichkeit, diesen Token, das Projekt, günstiger zu kaufen als alle anderen und weil wir auch selber alle langfristig denken, halten wir das natürlich und sind so bereit, dann am Ende einen richtig, richtig geilen Profit mitzunehmen. So, hier seht ihr jetzt ein Beispiel. Na, man kann immer den Kaffee, ich habe jetzt keinen Kaffee hier, aber man kann das Wasser so im Kaffee trinken oder man trinkt den Kaffee-to-go. Kaffee-to-go, warum? Weil hier unten seht ihr eine Nachricht. A-G-X-U-S-D-T. Enfrizone war 5 bis 3 Cent, ist der blaue Punkt. Da hättet ihr ihn kaufen können, am 19.12. Schaut selber, schaut bei CoinMarketCap, ihr habt hier unten den Link, man sieht meine Maus nicht, aber genau da könnt ihr das finden. Dann haben wir verschiedene Zielpreise, wo der Experte ausgerechnet hat, wann dieser Token, wann wir ihn verkaufen sollten, wann die Großen verkaufen. Denn wenn bei 66 ein Zielpreis ist und das auf kurzfristig ist, dann erwarten wir, dass bei 66 Cent viele Leute abverkaufen werden. Das heißt, ich verkaufe bei 64, bei 63, bei 62 Cent. Und jetzt schaut doch mal nach. Wir haben mit diesem Ding innerhalb von 8 Wochen 1500% gemacht. Jeder, der hier 1000 Euro reingesteckt hat, hat 15.000 in 2 Monaten gemacht. Jeder, der hier 100 Euro reingesteckt hat und deswegen sagt nicht, ich habe kein Geld. 100 Euro aus 100.500. Allein mit 500 hättest du hier 7,5 gemacht. Das ist fast so viel, wie manche andere das Jahr lang verdienen. Das ist crazy. Aber wir wollen das Ganze langfristig gesehen und sehen den zweiten Zielpreis mit 4000%. Das ist eine 40-fachung. Und den dritten langfristiger noch mit 7.000%, das wäre eine Versiebzigfachung. Tausende rein, 70.000 raus. Nenn mir nur eine Bank, eine Lebensversicherung, einen Bausparvertrag oder einen ETF oder was auch immer, wo du eine Ver-15-fachung, eine Ver-40-fachung, eine Versiebzigfachung oder eine Verdopplung oder eine Verdreifachung in den nächsten paar Monaten erwartest. Gibt es nicht. Auch nicht in den nächsten 5-10 Jahren. Es wird es nicht geben. So. Aber damit sind wir hier noch gar nicht am Ende. Wir haben hier eine künstliche Intelligenz, den Coin-Analyzer und den Forex-Indicator, wo uns schon wieder Zeit erspart wird. Wo uns schon wieder heiße Tipps gegeben werden und wir diese einfach nur umsetzen können. Du musst einfach nur auf das Geräusch deiner Nachricht warten und kannst diese Nachricht dann verwerten. Ja. Nur, dass du diesmal nicht deine Zeit vergeudest, sondern Zeit damit gewinnst. Denn Zeit ist Geld. So, jetzt stellen wir uns die Frage natürlich. Blockchain. Warum Blockchain? Na, schaut euch diese Geschichte hier mal an. Wir alle sehen Gucci. Gucci ist eine sehr, sehr große Marke. Oder lass uns doch einfach mal Coca-Cola nehmen. Coca-Cola ist oben, keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Ihr wisst, was ich meine. Mit 59 Milliarden. Google und Apple sind da drunter. Alle blau. Na, macht euch mal den Gedanken, was haben diese blauen, hellblauen Gedinger alle gemeinsam? Ja, dass es sie vor 25 Jahren noch nicht gab. Warum? Weil das alles Firmen sind, die durch das Internet so groß geworden sind. Alles Firmen sind, die, wenn es das Internet so wie es jetzt gäbe, würde es diese Firmen auch in so einer gewaltigen Größe nicht geben. Das heißt, es sind alles Firmen, die die Top 100 Firmen und ihr seht hier die Top 100 Firmen der Welt in diesen Blasen andere vom Platz gedrängt haben, weil sie jetzt so viel einnehmen, wie die gesamte Lebensmittelindustrie komplett. Nescafé, Pepsi, Coca-Cola, Red Bull, alle vier zusammen sind nicht mal so groß wie Microsoft. Ja, die komplette Autoindustrie wird gefressen von Apple. Ja, die komplette Markenindustrie wird nur gefressen von Google. Hier steckt so eine Macht hinter. Und wir, wir hätten uns damals nur fragen müssen, scheißegal, auf welchem Handy, sei es das Nokia, das Samsung, das man ausklappen konnte oder was auch immer oder das iPhone das Erste. Was ist diese Weltkugel da unten? Und wieso sagen uns unsere Eltern, wenn wir da drauf tippen, geh da schnell raus, geh da schnell raus, bevor deine Prepaid-Karte leer ist. Ich erinnere mich noch allzu gut, aber keiner von uns hat sich die Frage gestellt, was steckt denn da wirklich hinter? So, also, wir hatten das, was da kommt, eigentlich schon auf einem Silbertabett dort liegen. Wir hatten aber nicht das richtige Wissen und nicht die richtigen Informationen, um dementsprechend zu handeln. Und das ändern wir dieses eine Mal. Denn wenn wir rechts gucken, wir haben jetzt hier einen Markt, wo bereits über 80% von den Firmen, die du hier siehst, mit drin sind, aber nur 4% der Menschen. Hä? Jakob? Das wäre doch vollkommen verrückt, wenn doch über 80% der Menschen, aber nur 4% der Menschheit da drin sind. Das wäre ja komplett geisteskrank. Lasst mich euch eine Sache mal raussuchen. Lasst mich euch eine Sache zeigen. Schaut euch mal dieses Ding hier an. Das hier ist ein Kabel-1-Teletext aus dem Jahr 1999. Hier ist eine Frage und zwar Glauben Sie, dass das Internet sich in Zukunft durchsetzen wird? 18% der Menschen 1999 18% der Menschen sagen Ja. 82% sagen Nein. Denkt nochmal drüber nach. Wir haben 99 und ja, hier kommt noch eine weitere Nachricht. Hier lebt die D-Mark wirklich noch. Aber gönnt euch mal den Satz. Hätte man damals zu den 18% gehört und ins Internet investiert, wäre man jetzt sehr wohlhabend. Und zwar nicht nur wohlhabend, sondern sehr wohlhabend. Lasst euch diesen Satz mal, beziehungsweise lasst euch das hier einfach mal durch den Kopf gehen und dann lasst uns doch einfach mal gucken, wo wir mit den Kryptos jetzt gerade sind. Wir sind jetzt gerade und diese Grafik hier ist nicht von mir gemacht, diese Grafik ist gemacht von der World Bank, seht ihr übrigens unten links. Wenn wir gucken, das Grüne sind die Totalen, die Nutzer des Internets, wie es gewachsen ist, von 1990 bis 2000, das Blaue ist das, wie die Kryptonutzer wachsen, an der Anzahl her. Wir befinden uns gerade nicht in 99, wo es hier noch die D-Mark gab, wo 18% der Menschen glaubten, dass das Internet sich nicht durchsetzen wird, wir sind sogar noch ein Jahr davor, wenn nicht sogar genau 99 und haben hier die Möglichkeit, eine Goldgrube einfach nur auszuschöpfen. Warum? Weil wir uns mit einem Markt befassen, wo die richtigen Partner bereits drin sind. Nicht wir sind die, die es bestimmen, ob eine Sache hoch geht oder runter. Nicht wir sind die, die es bestimmen, ob wir mit dem 500-Euro-Schein weiterhin einkaufen können. Das sind die ganz oben, die sagen, wo die Reise mit der Welt hingeht. Amazon, Facebook, Tesla, Microsoft, Apple, Google, H&M, Renault, ihr könnt selber lesen. Welche Firma davon kennt ihr nicht? Selbst Banken sind ja am Start. Facebook lässt sich umbenennen im Meter. Wenn solche Partner in dem Markt drinnen sind, wird der eher hoch oder runter gehen? Beantwortet euch die Frage selber. So, und jetzt gucken wir uns noch einmal an, warum denn Infinity so krass ist. Wenn wir links einfach mal gucken, 11.1.22 und rechts 29.5.22, dann haben wir vier Monate voraus gesehen, hat der Chef uns einen Marktupdate gegeben, wie sich der Markt verhalten hat. Rot hieß, es geht runter ins Grüne, Grün hieß, es geht hoch ins Rote, Rot hieß wieder, es geht runter ins Grüne. Und wie hat sich der Markt verhalten? Genauso wie beschrieben. Das war keine einzige Geschichte, sondern das ist mehrmals passiert. Das komplette letzte Jahr war komplett goldrichtig, nicht nur mit Bitcoin, der übrigens den gesamten Kryptomarkt leitet, sondern auch mit Ethereum und hier, ihr könnt es selber pausieren und einmal anschauen. Es ist geisteskrank, denn sowas ist ein Mehrwert, den auch ich nicht habe, hatte davor, weil ich selber nicht so ein Trading Freak bin, weil ich nicht so ein Typ bin, der mich stundenlang hinter einen Chart setzt und so eine Sache analysieren will. Ich möchte mein Leben genießen. Hier haben wir nochmal die Private Sales, da seht ihr mal rechts, was so machbar ist, eine Vers 47-fachung, Vers 11-fachung, Vers 1,5-fachung, Vers 4-fachung, Vers 3-fachung, Vers 7-fachung fast. Leute, ihr kriegt nicht mal 5% bei der Bank, die Inflation frisst euer Geld weg und ihr fragt euch, ob das hier Sinn macht? Stellt euch einfach mal vor, ihr wärt damals 99 oder 98 bei Google mit dabei gewesen oder bei Amazon, bei Facebook, bei IBM, bei Paypal, bei Ebay, bei Airbnb, bei Booking.com, es gibt so viele Beispiele, egal, scheißegal, eine einzige Geschichte hätte euer Leben verändert, deswegen nehmt diese Chance wahr und nutzt diese Möglichkeit, denn wie schon gesagt, hatte auch die Menschen, die keine Kohle haben oder die noch nicht so viel Geld haben, Leute, ihr könnt hier nicht nur investieren und Produktpartner sein, ihr könnt hier sogar noch euch ein Team aufbauen mit Gleichgesinnten nach vorne kommen, ihr könnt ein Geschäft, ein Business aufbauen, wir wollten doch zum Business vom Unternehmer zum Investor werden und euch ein Team um euch scheren, dass ihr ausbildet, mit mir, mit anderen Leuten, die ihr kennt, denen ihr den Support gibt und am Ende habt ihr tausende Menschen, die euch dankbar sind, dass ihr deren Leben verändert habt. Meint ihr nicht, das wäre ein tolles Gefühl? Das ist ein richtig geiles Gefühl und so haben wir für jeden hier einen Step by Step by Step Plan, wie er hiermit auch erfolgreich sein kann. Und das geht so, dass wir fünf verschiedene Einkommensmöglichkeiten haben, die werde ich jetzt nicht alle erklären, wichtig ist nur zu wissen, man kann hier wirklich mit wenig viel rausholen. Jachja, Grüße an ihn, der liebe Kollege hat hier im ersten Monat, weil er seinen Bonus, und zwar den Faster Bonus, wirklich gut ausgenutzt hat, hat er sich 7500 beziehungsweise 8500 Dollar verdient. Puh, ist schon eine Menge. So, warum ist es denn jetzt so sinnvoll, jetzt zu starten? Weil ich als eure Upline dich bei mir unterschreibe, ihr seht es links, ihr seid das Du. Und unter euch, wenn ich weitermache, ich platziere automatisch die neuen Partner, die von mir kommen unter euch, sodass wenn ihr auf einmal dementsprechend auch davon profitiert. Und das ist ein wunderbares Geschenk, denn so kann nicht nur ich dafür sorgen, dass ich wachse, sondern wenn ich was tue, werdet ihr automatisch daran wachsen. Genial, oder? Und das gibt es nirgendwo sonst, denn in der normalen Welt ist das so, wenn man hoch guckt, sieht man nur Arschlöcher und die Chefs, wenn man als Chef runterguckt, sieht man nur Scheiße. Denk mal drüber nach. Hier haben wir nochmal die Vorteile, wir haben die Basic Academies, die Live Trainings, die Tipps und die Tools, wir sind anwaltlich geprüft, haben ein Schreiben, das krasseste ist hier, dein Geld ist in deiner Tasche, dein Geld ist in einem USB Stick, wenn du so Bock drauf hast, deine Kryptos und du kannst Geld zur Versicherung und sagst, mach da mal was draus. Ob die da was draus machen oder nicht, ist dir scheißegal, du hoffst, dass daraus was passiert. Nimm die Verantwortung in deine Hand und kümmer dich darum, dass deine Sachen für die Zukunft gut positioniert sind. Denn wenn ihr rechts mal guckt und wir 2023 haben und alle Märkte mit denen wir uns befassen so krass abgehen würden, wäre es dann nicht klug mit zu machen. Oder wollt ihr in 6 Jahren 20 29 sagen, der Jakob scheint ja doch recht zu haben. Wäre schon ziemlich scheiße. So, deswegen, ihr könnt hier das eigene Online Business auch machen, da werde ich euch selber an die Hand nehmen, ihr könnt hier so viel verdienen, wie ihr wollt mit. Ihr müsst es nur tun. Jetzt kommen wir noch einmal zu den Paketen, das sprechen wir aber dann noch mal in Ruhe drüber. Man startet hier zwischen 70 bis 100 Dollar dem Monat zahlt man, man hat eine verschiedene Laufzeit, macht euch Gedanken, wie viel Geld ihr habt und dann könnt ihr entscheiden, was zu euch passt. Die größeren Pakete sind perfekt für Unternehmer, für Leute, die viel machen wollen, die viele Kontakte haben, die viele Leute hier mit rein bringen. Dementsprechend kaufen die sich für 20.000, 9.000, 4.800 Dollar ein Paket, haben 25, 10 oder 5 Jahre Laufzeit, kriegen aber auch einen Rabatt von 33,3, 25 oder 20 Prozent und kriegen da mal 8,3, 2,5 oder ein Jahr on top obendrauf geschenkt. Was natürlich crazy ist. Die Doppelte Poolshare bringt denen dann nochmal einen Bonus und ihr 5.500 Dollar bei 120 Jahren 9.000 Dollar und bei 5 Jahren 50 3.750 Dollar am Bonus, was übrigens Jacher jetzt auch hat, weil er weiß, dieses Paket bringt mir so viel Kohle ein, der Preis ist scheißegal. Für alle Leute, die aber jetzt noch im Angestellten Tum sind, sind das die Pakete, die man so nutzt. Ab dem Small Business Paket hat man alles so dabei, was man sich vorstellen kann, was natürlich super ist, denn das möchte man ja auch haben. Man zahlt 2400 Dollar für eine zweijährige Ausbildung, kriegt drei Monate geschenkt, hat 20 Pool Shares, die man wiederum nutzt, um zu verdoppeln, um am Ende 3000 Dollar on top zu verdienen. Das heißt, du Dollar pro Monat man kriegt einen Monat geschenkt, dementsprechend hat man 13 Monate hat 7,69 Prozent Rabatt und 8 Pool Shares, die uns ermöglichen 1200 Dollar rauszuholen, was genau der Paketspreis ist. Wenn wir dann mal gucken, wenn du wirklich aktuell Geld Probleme hast und schon eigentlich so gar nicht zum Sparen du kommst nicht zum weglegen dann passt natürlich nur das 6 Monats Paket hast du hier 100 Dollar pro Monat kriegst keinen Monat geschenkt und zahlst am Ende 600 Dollar für 6 Monate hast 3 Pool für Topla und bist dementsprechend aber erstmal gut für die Zukunft ausgestattet um hier loszulegen und dein Leben endlich zu verändern denn worauf willst du warten wenn du nicht mal 600 Dollar hast zum investieren oder 1200 wie soll das denn in 3 Jahren ausschauen willst dich erhängen gehen und hast nicht mal mehr Kohle für den Stuhl und für den Strick schon ziemlich bitter weil ey sind wir doch mal ganz ehrlich die Welt wird auch nicht günstiger wir am Ende die Möglichkeit hier schon das Ende das zu sehen was ihr am Ende eures Lebens sagen wollt ein Bild noch was ich euch vermitteln möchte und zwar da ist wirklich ein krasses stellt euch vor wir fahren zu einer Beerdigung wir fahren zu einer Beerdigung und es ist natürlich eine betrübte Stimmung und allem drum und dran die Leute sind alle sehr traurig es ist aber super schön gemacht und das alles und dies das jenes versetzt euch einfach ein bisschen in die Lage hinein ihr kommt zu dieser Beerdigung und was passiert auf einmal ihr kommt in diesen Saal hinein in die Kirche wo auch immer ihr gerade begraben wird und ihr macht euch einfach so ein paar Gedanken so letztendlich erschreckt ihr denn der Sarg wird geöffnet und was passiert du selbst liegst du selbst liegst drin es ist also deine Beerdigung die Menschen sind alle wegen dir in die Kapitel alle wegen dir in die Moschee in die Kirche in was auch immer gekommen um dir die letzte Ehre und die Anerkennung zu geben das heißt du suchst dir einen Platz auf und wartest einfach mal auf den Beginn der Rede du wirfst einen Blick ins Programmheft es gibt vier Redner vielleicht jemand aus deiner Familie Kinder Brüder Schwestern was auch immer viele Leute sind aus ganzen Ländern angereist nur um dabei zu sein der zweite Sprecher ist einer deiner Freunde jemand der einen Eindruck davon vermittelt wie du als Mensch bist wie du als Mensch warst und der dritte Sprecher kommt aus deinem beruflichen Umfeld zum Beispiel aus deinem Verein oder eben aus Infinity wo du hier gemeinsam mit uns Gas gegeben hast so jetzt denk mal bitte drüber nach was würdest du gerne von jedem Redner über dich hören welche Art von Ehepartner Vater oder Mutter soll beschrieben werden welche Art von Sohn Tochter Vetter oder Cousine möchtest du sein und welche Art von Freund welche Art von Arbeitskollege und über welchen Charakter sollen die Reden berichten an welche Beiträge und an welche Leistung sollen sie sich erinnern und schaut euch die Anwesenden an was hättet ihr gerne zu den Leuten die in diesem Saal sitzen zu deren Leben dazu beigetragen lest nicht weiter beziehungsweise was heißt lest nicht weiter sondern geht jetzt nicht weiter direkt ins nächste Video sondern schreibt euch sowas mal auf macht euch die Gedanken Denn wenn ihr erst einmal wisst was passiert wie ihr euch vorstellt was die Leute über euch sagen sollen das wird euch ein echt krasses Ding geben schreibt mir wenn ihr das gemacht habt und ich gebe euch den Schlüssel was wir mit dieser Geschichte letztendlich machen werden es wird euer Leben verändern und euch eine komplett neue Perspektive auf das geben was ihr aktuell habt bis ganz bald und